Hallo, mein Name ist Gazi Avakti und ich bin der Erfinder des einzigartigen Multifunktions-Trinkbechers des GA Shaker Plus, mit der ich bei der ProSieben-Sendung, das Ding des Jahres, teilgenommen habe und mich für das Finale am 10.03. qualifiziert habe. Ich zeige euch jetzt die Besonderheiten meines einzigartigen Shakers. Kartenhalterung, nimmst deine Mitgliedskarte und kannst in die dafür vorgesehene Kartenhalterung einschieben. Dann die Magnethaft-Funktion. Damit kannst du den Shaker an jedes Fitnessgerät anheften. Der Shaker hat so viel Kraft, dass du sogar weitere Potensilien, wie z.B. Kopfhörer, problemlos drüberhängen kannst oder dein Handtuch, was normalerweise auf dem Fußboden ist, ganz locker drüberhängen kannst. Mein absolutes Lieblingsfeature ist die Smartphone-Halterung. Ganz einfach an den Multifunktions-Shaker anheften und du kannst dein Handy weiterhin frei verwenden. Liebe Kassler, liebe Nordhesten, am 10.03. ist das große Finale von der ProSieben-Sendung, das Ding des Jahres, womit ich mit meinem GA Shaker Plus das Finale erreicht habe und daran teilnehmen würde. Dazu brauche ich eure Unterstützung und ich würde euch bitten, für mich zu voten, damit ich die Sendung gewinnen kann und meinen Traum verwirklichen kann. Also liebe Leute, bitte anrufen!